heute nehme ich euch mit auf eine spannende zeitreise 80 jahre zurück an die strände nordfrankreichs dabei gibt es eine menge geschichte zu erzählen eine persönliche sogar aus meiner familie und ein tolles koerset zeige ich euch auch willkommen in der noppenklötzinscheune mein name ist block sound freunde ich stelle euch heute mal wieder eine limited edition vor nämlich die 4848 das lcvp higgins boot was kobe zum 80 jahrestag der landung in der normandie auf den markt gebracht hat es kommt im maßstab 1 35 daher hat viele minifiguren tolle extras zum beispiel einen baubaren willis jeep ohne große formteile ich finde das alleine ist schon etwas wert und ihr könnt ihr jetzt schon mal in die kommentare schreiben welche nummer ich hier als limited edition wohl habe könnt ihr gerne ja mal raten während ich euch jetzt einladen mit mir hier auf den bautisch zu kommen dann schauen wir uns den inhalt dieses kartons genauer an ja freunde ganz frisch auf dem bautisch gelandet die aktuellste limited edition aus dem hause kobe hier in der historik collection world war two serie zum 80 gedenktag der landung in der normandie die operation overlord beziehungsweise der operation neptune des d days deswegen haben wir hier auch das logo der feierlichkeiten vom 80 gedenktag das hat für sie 48 hat 864 steinchen vier minifiguren wir sehen sie hier drei soldaten und eine besatzung des lcvp higgins boot denn das bauen wir hier mit einem jeep wir haben hier tschechen eagle also diese landung sperren und das ganze set kommt im maßstab 1 zu 35 daher schauen wir uns die rückseite an wir haben hier unsere vier figuren nämlich wir haben hier einen brr gunner das ist nämlich hier unser browning automatik rifle bei kubi jetzt auch hier in schwarz dabei das gefällt mir wir haben hier den crewman des higgins boots wir haben hier einen ja army engineer und wir haben hier auch noch mal einen jahr squad lied einen team leader der soldaten wir haben hier ein original bild schwarz weiß und wir werden sehen dass das set dann auch wirklich 36 cm lang ist 9,5 cm breit und 11,5 cm hoch die fakten hier bekommt ihr alle dieses mal ist es mir etwas ganz besonderes dieses hat euch vorzustellen und gleich beim speed bild fakten rund um den die der zu erzählen aber jetzt geht hier quasi erstmal die klappe auf und wir gucken was sich in diesem karton verbirgt ja freunde da haben wir das zertifikat mit gelaserten slopes im karton gehabt wir haben eine große dinner vier anleitung klammer gebunden und wir haben tüte 3 tüte 2 und tüte 1 voller toller kobe klemmbausteine und wir haben jetzt hier eine wirklich was die teile anzahl angeht kleine limited edition vom kobe wir packen die tüten mal zur seite kommen wir gleich noch zu ich habe hier eine relativ hohe nummer weil ich aus beruflichen gründen es nicht geschafft habe schnell zu bestellen wir packen das zertifikat an die seite gucken uns das später noch einmal an wir sehen hier das gleiche design alles empfehlung ab neun jahren und natürlich ist alles pet printed wir haben hier keine aufkleber und das ganze wurde auch noch in der eu gedruckt sowie die steine ja auch in der eu hergestellt wir schauen uns die anleitung an wir sehen mit der tüte 1 fangen wir an die schneiden wir auf wir reißen sie auch wir verteilen die steinchen wie auch immer ihr das wollt häufchen schädchen wie auch immer macht das wie ihr möchtet wir bauen drauf los der erste bauschnitt ist farblich der zweite ist auch farblich der erste darum dann aber wieder ausgegraut feile weisen uns den weg wir haben immer solche kleinen legenden wenn wir verschiedene arten einer bestimmten steine art haben wie hier brackets oder slopes in diesen abgerundeten käste sieht man immer welche steine und wie oft wir sie brauchen für den jeweiligen baustein und ganz wichtig wir haben keine seitenzahlen sondern nur eine baustein nummerierung beziehungsweise seht ihr hier haben wir auch noch anlegehilfen wir sehen hier wie lang muss ein ja hier haben wir halt eine fliese sein das müssen sechs und acht sein so dann schauen wir mal wie viele bau steps wir haben bis wir fertig sind da sehen wir es 174 die tschechen igel zum schluss dann kommt unser jeep davor noch und richtig fertig mit dem boot sind wir dann hier mit dem baustein 138 auf den letzten seiten dann immer teile übersicht sollte euch also ein teil fehlen könnt ihr hier kontrollieren welches teil von der nummer her und könnt es dann hier unten an der webadresse monieren kobe ist eigentlich immer relativ schnell wir haben hier anleitungshilfen also bauern leitungshilfen wie wir die minifiguren zusammenbauen und wir haben ein bisschen werbung freunde dieses boot fehlt mir noch wird aber irgendwann auch hier geklemmt sowie alles andere was wir hier auf der rückseite haben wobei die hut schon bei mir auf der kobe playlist die müsste hier sein zu finden ist ja freunde ich habe euch gerade schon gesagt ich freue mich wie bolle aus persönlichen familiären gründen euch jetzt etwas an fakten mitzugeben während ich baue deswegen euch viel spaß bei der faktenzeit und mir beim klemmen speed bildzeit ist faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das historische vorbild des kobe sets 4848 das lcvp oder das landing craft vehicle personal besser bekannt als das higgins boat spielte eine entscheidende rolle in den amphibischen landungen des zweiten weltkriegs und gilt als eines der schlüsselelemente die zum sieg der alliierten beitrugen entwickelt von andrew higgins einem amerikanischen boots bauer aus new orleans revolutionierte das higgins boat die möglichkeiten militärischer lande operation und erwies sich als ein unverzichtbares werkzeug bei der ausführung alliierter strategien die geschichte des higgins boats beginnt in den 1930er jahren als andrew higgins das design für ein boot entwickelte das effizient über die flachen und schlammigen gewässer der louisiana sümpfe navigieren konnte dieses design zeichnete sich durch einen flachen boden aus der es dem boot ermöglichte direkt an strände anzulanden und truppen oder fracht schnell und ohne die notwendigkeit tiefer docks zu entladen diese eigenschaft sollte später von entscheidender bedeutung für amphibische kriegsführung sein mit dem ausbruch des zweiten weltkriegs erkannte das us-militär schnell die notwendigkeit effizienter landungsfahrzeuge für die geplanten amphibischen operationen higgins industries modifizierte sein kommerzielles boot für militärische zwecke und das ergebnis war das lcvp das higgins boot konnte bis zu 6 30 soldaten oder ein jeep und zwölf soldaten transportieren seine stahlrumpf konstruktion und der leistungsstarke motor ermöglichen es bei voller beladung geschwindigkeiten von bis zu neun knoten zu erreichen das sind um die 17 kmh eines der bemerkswerten merkmale des lcvp war seine bugrampe diese innovation ermöglichte es den truppen das boot schnell zu verlassen was in den hitzigen momenten der landung an feindlichen stränden von entscheidender bedeutung war die rampe wurde so konzipiert dass sie schnell gesenkt werden konnte so dass soldaten und material direkt ins kampfgeschehen oder zu den versorgungsgebieten vordringen konnten die strategische bedeutung des higgins boot kann nicht hoch genug geschätzt werden es wurde massiv in allen größeren amphibischen operationen des zweiten weltkriegs eingesetzt einschließlich der landung in nordafrika italien und am berühmtesten natürlich während des d days der landung in der normandie am 6 juni 1944 mehr als 20.000 dieser boote wurden während des krieges produziert was die groß angelegte logistik und den industriellen aufwand hinter der alliierten kriegsmaschinerie verdeutlicht die wirksamkeit und flexibilität des higgins boots trugen dazu bei die natur der krugsführung zu verändern es ermöglichte den alliierten fast jeden punkt entlang einer feindlichen küste schnell und effizient anzugreifen was die achsenmächte zwang ihre verteidigungsstrategien anzupassen und auszuweiten die bedeutung dieser boote wurde von keinem geringeren als dwight d eisenhower den oberbefehlshaber der alliierten streitkräfte während des zweiten weltkriegs anerkannt der andrew higgins als den mann der den krieg für uns gewonnen hat bezeichnete nach dem krieg wurden viele lcvps außer dienst gestellt oder für zivile zwecke umgerüstet aber ihre legendäre rolle in der geschichte der kriegsführung und der beitrag zum sieg der alliierten bleiben unvergessens das higgins boot ist nicht nur ein beweis für die innovation und den unternehmergeist eines mannes sondern auch ein symbol für die entschlossene anstrengung einer nation die freiheit in einer zeit der dunkelheit zu verteidigen und auch freunde das muss man auch mal herausstechen die flexibilität die an tage gelegt wird wenn man aus einem fahrzeug für flache gewässer für sumpfige gewässer ein landungsboot entwickelt solche ideen solche flexiblen gedanken müssen erst einmal gemacht werden ja freunde das waren die fakten zum higgins boot es gibt nachher noch mal ein paar weitere fakten zu den anderen sachen die unser kobe set 4848 hier beinhaltet jetzt euch aber viel spaß beim review dieses tollen kobe sets nach zwei stunden und 45 minuten sehen wir uns wieder hier auf den bautisch mit unseren lc vp higgins boot im maßstab 1 zu 35 unsere limited edition die 4848 zum achten gedenktag des die der ist bzw der schlacht in der normandie ein schönes set 864 steinchen wir haben unser boot einen stand wir haben tschechen igel wir haben vier minifiguren und da blitzt auch schon unser willys jeep hier finde ich das kann ich euch vorab sagen ist der preis in der vorbesteller variante sicherlich gerechtfertigt er ist auch nicht so hoch da wir ich hier auch noch unseren kleinen baubaren jeep drin haben wenn ihr das alles nicht braucht dann kauft euch die normale version mit nur zwei minifiguren und nur einen jeep lüften wir mal das geheimnis welche nummer ich habe ja ich habe diesmal spät bestellt ich habe die 366 wichtig klären wir am anfang gleich wie viele steine habe ich über nach zwei stunden 45 bauzeit eine kleine tüte mit einer sie claim einen kleinen dreieck ein paar bolzen ein mercedes stellen und einer bügel perle also nicht gerade viel zur anleitung ja da kann ich gar nicht meckern das ganze ding hat spaß gemacht zu bauen wir haben ja wie immer da steht unten rechts in der ecke alles drucke von daher alles fein generell hat der bau sehr viel spaß gemacht werden schon einmal schiffe bei kobe gebaut hat der kennt diese bauweise so wie wir hier unser landungsboot gebaut haben ich zeige es euch kurz einmal von vorne mit dem stand beziehungsweise ist das ja eigentlich hier vorne da sehen wir auch wie ich es belegt habe hinten unseren navy steuermann unsere drei soldaten und den willys jeep und der buch rampe dann hier von der seite in dieses boot passen ja eigentlich viel mehr leute ihr seht sie hinten nämlich noch die gunner die werde ich mir noch irgendwie besorgen mal schauen was ich mir dafür minifiguren zusammenstelle kann ich euch auch nur empfehlen dann hinten hier das da sprangelt banner und dann von hinten das heck unseres sets ich nehme es einmal ab denn ich möchte euch vorab natürlich den stand zeigen schön in schwarz mit dem laser gravierten typ schild das geht hier so ein bisschen unter dieses goldene das schwarz und auch diese hohe anbringung also hier an der kante machen es schwer zu lesen ich habe das gefühl dass es ein bisschen schief gedrucktes schief geladert ist aber wir haben wir stehen lcvp higgins boot maßstab 1 zu 35 und meine 366 stand ganz einfach ihr seht es wir haben mit dem knobbel und wir haben unten im boot ein loch und da können wir es dann ja zusammenführen das übliche spiel wir packen das boot zur seite packen den stand zur seite denn das wichtigste ist ja erst mal um euch alles zu zeigen der mechanismus wie wir die klappe aufmachen können und dazu haben wir hier diese kobe schnüre und ich muss sagen ich mag eigentlich so schnüre bei klemmbaustein nicht so gerne aber das gute ist hier kobe hat diese ich mochte sie früher gar nicht aber mittlerweile liebe ich sie etwas ja öl getränkten oder verstärkten bänder die fühlen sich immer so ein bisschen leicht nass klebrig an aber dadurch kriegt man mit einem einfachen knoten eine gute verbindung hin und ja hier haben wir unsere klappe und die können wir hier an den rädern lösen die bänder und schon können wir unsere klappe aufmachen da ist sogar jetzt habe ich so schön gelobt und dann ist mir hier mein knoten aufgegangen schöner vorführeffekt man kann es aber auch einfach nur rein klemmen wir lassen es jetzt so ihr bekommt er gleich eh nochmal detailbilder ja dann haben wir hier unseren willis jeep die können wir schön an landen da sage ich euch gleich noch was zu und wir haben unsere drei soldaten von der kämpfenden truppe ich packe sie mal kurz zur seite hier unseren bhr gunner und hier unseren infanteriemann hier haben wir einen vom pionierkorps quasi und da hinten unseren navy mann aber wir packen zur seite ich möchte euch das boot zeigen hier haben wir die klappe wie gesagt da muss ich noch fest schnüren wird hier auch wieder über die daimler sterne gemacht und nenne ich sie ganz gerne wir haben hier drin ihr habt ja auch beim speedbild gesehen bis zur bauchung umkehr was ich gut finde weil ich hier haben wir es negativ und die haben wir dann die noppen ist ganz gut fürs figuren drauf klemmen und auch für den jeep damit er nicht so leicht weg rollt wir haben hier einen rettungsring wir haben ein feuerlöscher wir haben hier quasi eine leite für nach oben für die navy leute wir haben das steuerlenkrad da hinten in der ecke hier und wir haben hier unseren motorraum lens pumpen und so weiter sowie hier unsere abwehr bewaffnung unsere browning maschinengewehre schutz hier hinten spritschutz wahrscheinlich und dann hier unsere fahne und da unten das ruder zeige ich euch noch mal das heck wir haben wir sehr sehr viele graue slopes zweimal vierer bauweise hier unten dann das ruder und wir sehen das war das beim hingsboot es war eigentlich so hier haben wir die antriebswelle und da haben wir dann die schraube jetzt kann ich euch auch von unten endlich hier das loch zeigen wo wir den stand reinpacken also die ganze bauweise das hat spaß gemacht zweieinhalb stunden für dieses coole teil was sicherlich bei dem ein oder anderen von euch in einen diorama enden wird ja ein bisschen highlight für mich ist hier der gebaute jeep ich habe gesagt ohne viele formteile das einzige richtige formteil ist eigentlich hier die windschutzscheibe die wir nach vorne klappen können so ist ja auch in vielen ikonischen filmen immer dargestellt das fahrzeug wir haben gebaute sitze wir haben hier diese typischen press klemm sitze für kobe figuren die wir hier in den popo back einrasten können das funktioniert auch er ist fünf noppen breit wir haben hinten ein kanister und wir haben hinten sogar platz damit sie noch mehr leute rein lümmeln können also der hat richtig spaß gemacht zu bauen und wie gesagt ohne viele formteile wir haben ja als vergleich das kobe set 22 39 das hat viel mehr formteile und ist auch etwas größer und da macht mir der hier schon ein bisschen spaß gerade auch weil er in dieses fahrzeug passt ja wie gesagt hier das wird bei euch mir dann irgendwann zu sehen gehen auf meinem kanal als short so also wirklich ein schönes highlight aber highlights sind auch die figuren die ich euch jetzt hier zeigen werde und einblenden wir haben hier unseren navy mann mit schnür t shirt wir haben ja auch us navy stehen er hat ein drei tage bad hat seine koppel schwarze schuhe grüne hose und einen grauen helm dann haben wir hier unseren bär er unser maschinengewehr mann mit seiner browning automatic rifle mit dieser typischen umhänge tasche wir haben hier ein etwas ja angespannteres gesicht die rote 1 auf den helm er hat seine helm verbindung offen schöne drucke wir sehen ganz cool die gamaschen hier auch bedruckt auf der hose das finde ich wirklich cool das was hier unten so aussieht wie so eine art viel da sieht man es besser richtig gut gedruckt also kein fehl es sind halt die gamaschen und dazu die braunen schuhe wir sehen hier auf dem ärmel haben wir das abzeichen und hier von hinten ist auch alles bedruckt da sehen wir us und wir sehen auch hier so eine art so so ein funkgerät soll das glaube ich sein genau diese motorola riesengroße motorroller kästen die ja mit die urväter des handys waren ja das ist die eine figur dann haben wir jetzt kommen wir zu unserem brr mannt schuldigung was habe ich falsch gesagt ich habe die waffen vertauscht also auf dem karton hat er hier die brr meine ich und ich habe sie hier an unseren normalen soldaten gemacht dem release jeep sitzt könnt ihr erhalten wir wollt wer den schöneren helmen nämlich hier mit diesem tarnnetz guckt bisserl böse sieht ein bisschen aus wie clint eastwood aus dem film stoßdruck gold hat das hemd offen hat hier seine koppel so ein tragesystem für die munition hat die braunen schülchen und auch so ein beiges hemd ja und dann kommen wir hier zu unseren pionier herren auch wieder schön die maschen die bedruckt schönes abzeichen drauf auch von hinten wieder den gleichen oberkörper nur als hier anderes einheiten abzeichen und hat auch den helm offen und guckt etwas freundlicher drein ja auch wenn das gibt es guckt dieser typische ja angespannte blick der in den tagen damals wohl vorgeherrscht haben muss ja das waren die vier figuren ein kurzer einblick über das higgins boot dass mir richtig spaß gemacht hat ich glaube die tschechen eagle brauche ich euch nicht so richtig zeigen die hatten wir jetzt schon bei so vielen kubi setzt zum beispiel dem is2 also immer wieder cool so was zu haben wird auch sehr einfach gemacht das geht auch bei kubi sehr gut wegen der baurechnungsumkehr schöne brackets und dann hat man zwei solche tschechen eagle die so ein bisschen die verteidigung der nummer die darstellen sollen also ich finde rund um ein gelungenes set dass wie gesagt viele von euch wahrscheinlich benutzen werden um das ein oder andere diorama zu bauen ihr bekommt jetzt hiervon noch mal detailbilder damit euch selber einen eindruck verschaffen könnt und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde wie versprochen hier für euch detailbilder damit ihr euch selber abseits von meinen schilderungen einen eindruck von dem set 4848 von kubi schaffen könnt und freunde das ist das stichwort für alle die nicht die 63 99 bezahlen möchten für die limited edition die greifen auf die 4849 zurück das hat kostet dann nur 59 euro 99 hat keinen willis jeep keinen tschechen eagle kein zertifikat und natürlich keinen display socken und zwei figuren weniger ihr habt dann nur den navy soldaten und den bhr schützen somit kommt er in der standard edition auf 715 steinchen die limited hat ja 864 steinchen weil wir halt hier den jeep und die figuren haben wie gerade erklärt ich habe aber im vorverkauf viel weniger bezahlt nämlich 57 euro und 59 zent freunde habt ihr gewusst dass der willis jeep eines der meist gebauten militärfahrzeuge der welt war über 650.000 wurden von diesen ersten richtigen geländewagen hergestellt somit wirklich eines der meist gebauten militärischen produkte aller zeiten und bis heute siehe kobe lebt ja der mythos des willis mb jeeps noch weiter was auch weiter gelebt hat auf jeden fall in meiner persönlichen entwicklung das sind die geschichten die mein großvater mir erzählt hat nämlich als soldat als panzersoldat in der normandie mein großvater war einer der wenigen soldaten der panzer truppen in der normandie wohl gedient bei der 21 panzerdivision genau weiß es aber nicht der mir von dem schrecken der landung gerade auch auf alliierter seite geschildert hat nämlich wenn solche szenen wie bei james ryan wenn die von diesen boten aufgehen und kein mensch lebendig rauskommt das hat mein großvater mir persönlich schon geschildert den schrecken des krieges dieser tage rund um den 6 juni 1944 ja das war noch mal ein paar persönliche eindrücke und ein paar geschichten zum higgins boat in seinen varianten somit kann ich euch jetzt getrost zu meinen letzten worten entlassen neben freunde ja freunde da ist das video schneller zu ende als man eine frische aus da auf einem französischen fischmarkt in die hand zum probieren gedrückt bekommt lecker freunde ein tolles set ich habe es euch gesagt zweieinhalb bis drei stunden hat man hier auf jeden fall bauspaß und man hat ja hier zwei welt man hat ein auto und quasi ein schiff was man bauen kann und kann so mal ein bisschen in alle richtungen von kobe schnuppern deswegen habe ich euch zum beispiel als hintergrund beim review den panzer und die amato hingestellt weil dieses set so ein bisserl alles vereint und es macht richtig richtig spaß zu klemmen ich habe auch extra für dieses video mich einzustimmen den längsten tag mir auf amazon gekauft und natürlich auch den soldaten james ryan mir noch mal reingezogen und wie ich euch vorhin erzählt habe habe ich ja auch eine persönliche geschichte von mir hier mit dem die der landung in der normandie ich habe euch unten in der video beschreibung noch einmal links rein gepackt wo ihr über deutsche behörden nach recherchieren könnt wo eure großeltern im zweiten weltkrieg gedient gearbeitet oder verpflichtet wurden guckt da mal rein wenn ihr selber mal eure familiengeschichte aufarbeiten wollt in diesem sinne freunde wenn ihr da seid lasst mir einen kommentar über dieses video da daumen hoch daumen runter würde ich mich darüber freuen und eine glocke drücken wir auch ganz cool und verpasst ihr kein video mehr hier auf meinem kanal in diesem sinne freunde schiff ahoi gute fahrt auf wiederbau und euer freund der blogs da